So, da sind wir wieder mit One Level Per Day. Heute hat uns ein Level eingeschickt der Korti LP, alias Sven. Und ja, diese Challenge hier, Trampolin World V2, hatte ich schon mal. Wir hatten das als Trampolin World in einem Video mir, so ich dir. Er wollte es unbedingt nochmal überarbeiten und hat gesagt, Junge, spiel das nochmal. Wer das natürlich nachts um 5 Uhr dann fertig macht, ist natürlich selber schuld. Aber wenn er es nachts um 5 schafft, dann schaffe ich das locker. Hoffe ich mal. Also, lieber Korti LP, Challenge accepted. Obwohl ich das Level gehasst habe. Aber es war das einzige, was ich geschafft habe. Ach nee, nicht schon wieder. So. Lieber Troupley, du hast keine... So, ich weiß, dass da noch ein Pilz war. Nein. Deswegen hasse ich Trampoline. Okay, ich muss es aber jetzt auch in 5 Minuten schaffen, ne? So ungefähr. Nein, ich habe keinen Zeitdruck. Es ärgert mich nur. So, gekonnt. So. Nein, er hat mich nicht getroffen. So. Konzentrier dich, Troupley. Nein. Der hat da ja noch eins hingepackt. Manchmal will er die Sprünge nicht. Das ist halt das Blöde bei den Trampolinen. Man muss genau im richtigen Augenblick drücken. So. Wunderbar. 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 Oh. Ach komm. Lieber Sven. Lieber Cordy LP. Ich habe es damals geschafft und ich werde es nochmal schaffen. Diese Blamage werde ich nicht akzeptieren. Ach komm. Warum, verdammte Scheiße, springst du da nicht? Warum? Warum springt der da nicht? Ich möchte nicht wissen, wie oft der Cordy LP da dran verzweifelt ist. Okay, eigentlich weiß ich es ja. Er hat ja bis 5 Uhr das gespielt. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass wir... Wir haben es jetzt gerade... Wie spät haben wir es denn jetzt? 14 Uhr. Also ich möchte jetzt hier nicht noch so viele Stunden sitzen. Es war so klar. Warum? Warum renne ich nach der Tür weiter? Brauche ich doch gar nicht. Ist es denn noch der Druck, dass ich von ihm besiegt werde? Egal, ob es nur in einem anderen Let's Play ist oder hier. Ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, aber... Ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, aber... Ich darf nicht durch die Tür. So. Lieber Cordy, damit hast du mich das erste Mal wirklich ranbekommen. Und was ich da mir gerade beigedacht habe, das weiß nur... Miyamoto. Warum er das weiß, keine Ahnung. Okay, also die Challenge hätte ich jetzt schon erstmal verloren. Ach toll, jetzt habe ich mir vergessen, den Pilz zu holen. So. Wunderbar. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Jetzt. Oh. Mann. Wow. Wir gehen hier mal durch die Tür, durch die nächste. Tü. Was hat er davon? Okay, gut. Egal. Ah. Oh. Flower Power. So. Euch nehme ich mal weg. Nein, 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 nein. Weg. So, jetzt darf ich mir die Frage... Die Frage stellen. Oh, was ist da? Ein Pilz. Will ich da jetzt runter oder... Will ich da jetzt rein? Ja, will ich. Es gibt noch mein Leben. War das jetzt ein Fehler? Ja, es war ein Fehler. Geht nicht durch die Tür. Alter, Gotti. Er ist schon so ein kleiner Sadist, muss man ja sagen. Er vergewaltigt auch Linkin Park Songs. Aber gut. Aller guten Dinge sind 15. Warum 15? Keine Ahnung, weil es mir gerade einfällt. So. Wow. Nein. Okay, gut. Hier ducken wir uns, ducken wir uns, ducken wir uns. Und kommen wir durch. Bye. Oh, er liebt doch echt Scrolling-Level, oder? Er und seine verdammten, beschissenen Scrolling-Level. Okay, da kommt eine Flamme hoch. Oh, verdammt. Der ist ungünstig. Da kommt eine Flamme hoch. Schnell durch. Upti. Ne, brauche ich nicht. Habe ich gerade gesagt? Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Gut. So, jetzt kann ich mir gerade die Frage stellen, will ich da weiter geradeaus, oder? Ne, will ich nicht. Ähm, Bowser, spring nochmal. Nein. Du sollst springen. Boah, komm, ja. Der springt nicht. Boah. Ich, äh, höre nur. Sehe aber nicht. Oh, toll. Ich hoffe mal, er kommt dann auch gleich mal näher. Wartet mal. Wir könnten ja nochmal gucken, was hier ist. Oh, oh, oh. Ich hab's geschafft. So. Okay. Wir müssen echt warten, bis Bowser springt. Zwar auf eine gewisse Höhe. Oh. Cool, danke, Corti. Ja. Wir haben's geschafft. Hö, 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 hö. Ja, 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 Corti, ich hab's geschafft. Hey, 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 Corti, ich hab's geschafft. Mit ein paar kleinen Tricks, aber egal. Ich hab's geschafft. Es zählt. Es zählt. Ich hab's geschafft. Damit habe ich meine nächste Challenge. Zwar nicht ganz in fünf Minuten, aber okay. Er bekommt natürlich einen Stern. So. Wenn ihr auch so geile Level habt. Außer Trampoline. Bitte, bitte. Keine Trampoline mehr. Und Scrolling. Schickt mir eure Level unten in die Videokommentare. Facebook, Twitter oder in das Formular in der Videobeschreibung. Und dann werde ich euer Level spielen. Also euer Deins, 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 Deins. Ja. Also der, der gerade zuschaut und ein Level gebaut hat, schick es mir einfach. Und ich spiele es. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem nächsten. One Level per Day zu Super Mario Maker. Und ich bin euer Droh. Haut rein. Tschö, tschö.